Hallo, hier ist der Zweikampfsofa und wir spielen mal wieder Neverwinter. Wir müssen hier irgendwelche Ruinen, Rudenkisten besorgen. Genau, ohne ihn. Genau, im Koop natürlich, im Koop ganz viele andere tausend Leute und natürlich mit dem Snorks, der einen Drehbogen bekommt. Ich bin mit schlecht. Hier haben wir noch eine Heartleaf. Wir müssen hier erstmal mit der Druiden Heartleaf reden, die hier so am Baum steht. Ist das nicht toll? Am Baum. Ein Baum im Herzen eines großen Waldes sein. Falls wir überleben, natürlich. Samen aus der Asche. Beim Ausbruch von Mount Hothnau sind alle meine Schwestern zu Asche verbrannt. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Vielleicht liegen in ihren verkohlten Überresten noch unaufgegangene Samen. Könntet ihr bitte die Asche des verkohlten Waldes durchsuchen? Und überlebende Samen bergen? Ja. Klar. Klar. Gut. Das heißt, ausgewählt ist bei mir Explosive Runen aus einer Kiste besorgen. Ja, genau. Und ich hätte noch Samen sammeln, 04 und Trauerassassinen töten, 03 von 6, ja. Aber wo ist denn das? Dann würde ich doch erstmal die Kiste hier vorne nehmen. Weil hier ist die Kiste, da nehme ich ein paar Explosive Vorratssachen raus. Wo ist das denn jetzt? Außer sich steht er jetzt. Darum? Achso. Hinter dem Typen. Ich einmal, okay. Ach. Guck mal. So. Schächte mit Spektrum. Und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann habe ich hier, ja genau. Mittendrin. Ganz, äh, ja, okay. Ich sehe schon, hier gleich um die Ecke. Hier, 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 hier. Hier ist die erste. Wo bist du denn? Hätten wir es auch selber machen können. Das ist gar nicht so weit, überhaupt. Da kommt dann heiße Luft raus. Hast du auch einen? Okay. Hat er bei mir auch. Eins von sechs. Alles gut. Ich gehe mal einfach hier hoch. Ach, hier stehen wieder Typen rum. Ah, hier ist einer. Ich glaube, hier ist auch noch einer gewesen. Ja. Ich habe auch noch einen. So. Ich mache den mal. Oh, da kommen Leute raus. Wie konnte das passieren? Da kommt dann wieder zu dir. Das ist ja, ich könnte den nicht ja sterben sehen. Ja, den habe ich schon platt gemacht. Also da halte ich mich nicht lange mit auf. Das ist ja. Keine Gegner mehr. Hier sind so viele Leute, die rumlaufen hier. Du bist nicht allein. So, warte mal. Das fängt nochmal an. Das fängt nochmal an, Klicker. Okay. Ja, geil. Das ist schon wieder so doppelt gemacht. Oh, da hinten ist einer. Ja, der kann das Ganze ganz aufmachen, ja. Das ist ja witzig. Na, dann sind wir gleich schon durch, wenn du hier den dann auch nochmal machen kannst. Den habe ich schon gemacht. Wo du bist. Den hier? Okay. Nee, hat bei der Wies noch nicht gewesen. Stimmt. Oh je. Wo ist denn das? Auf jeden Fall nicht um die Ecke. Ich reiß mal zu dir. Naja, das sind 50 Schritte hier. Also sie werden bei uns zeitgleich angerechnet, aber wir können die Schächte doppelt anklickern. Das ist natürlich sehr sehr vorteilhaft. Ziel erfüllt. Ziel erfüllt. Wollen wir jetzt erst die Samen machen oder schon zurückgeben zu dem Typen? Einen Samen. Das ist ja wie unten im Süden. Da müssen wir mal hin rein. Das machen wir auch mal. Die reiten südwärts. Nee, warte. Dann muss ich mal eben die richtige Mission auswählen. Sonst reite ich immer wieder zu dem Typen hier zurück. Samen. Wie hinterher. Samen aus Asche. Hm. Ja, ich bin da. Wahnsinn. Einfach Treppchen runter dann. Trepp rund. Genau. Da kommt ein Dinosaurier auf mich zu und weg ist er. Galoppel, galoppel. Und hier ist die Area mit den Samen. Nee, da drunter. Hintiefer. Also hier geht's, sagt er, schon los. Wurde sich stehen lassen, ne? Ich glaube, die lasse sich da so überstehen, ne? Ah, hier ist ein Baum, der leuchtet. Das ist, glaube ich, hier. Namensuchen. Ja, 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 genau. Hast du den auch? Ich hab jetzt einen. Nein, 0 von 4. Nein, 0 von 4. Ich drück jetzt auch mal drauf. 1 von 4. Aber die sind dann relativ easy zu finden. Ja, dann denke ich mal wieder da, wo die Gegner stehen und wo Bäume sind, ne? Ist klar. Also hier stehen keine Gegner mehr. Hat wahrscheinlich schon jemand weggemacht. Aber hier ist ein Baum. Wahnsinn. Hinter dir sind Gegner. Und hier ist noch ein Baum. Ja. Ja, das ist nett. Fix. Einmal einen Samen, bitte. Ferkel. Einmal einen Samen. Ja, 3 von 4. So, wenn ich jetzt ein Baum wäre, würde ich der da drüben sein, oder? Bist du ein Baum? Ja. Der steht kein Gegner. Ich nehme den Samen, dann bin ich schon durch. Alles gut. Ein Samen in... Ein Samen, zwei Samen. Fertig. Ja. Ihr habt einige Samen gefunden. That's what she said. So. Ihr habt einige Samen gefunden. Dann reiten wir mal zurück. Sie können jetzt zwei Missionen abgeben. Galoppe, galoppe. Rennen wir vorbei, ohne was zu tun? Ja. Ja. Nein, sie ignorieren mich nicht. Okay, scheiße. Scheiße. Das ist ein Verbetter, der Sack, ey. Ich hätte ja jetzt auch gehofft, dass ich jetzt vielleicht doch zu übergradig bin für die. Aber nein, ich bin es nicht. Du doch nicht. Nee, nee, nee. Der steht ja drum rum. Ich bin in dir drin. In deinem Hirsch. Das ist merkwürdig. Der Hirsch hatte manchmal einen blauen Hintern dadurch. Ich habe deswegen schon so ein komisches Gefühl. Äh. Hüpfe. So, wen zuerst? Der Inia, den guten Geologen Darnay. Ich lese immer George, aber der steht da gar nicht. George Clooney, ja genau. Verdampfablassen abgeschlossen. Der Druck unter dem Berg lässt bereits nach. Es ist zwar keine Dauerlösung, aber es könnte uns genug Zeit verschaffen, um Gommoth, den Widerling, aufzuhalten. Und nicht von einer vulkanischen Eruption verkohlt zu werden, ist auch kein schlechter Gedanke. Hm? Okay. Questa abschließend. Ist dir schon mal aufgefallen, was der komische Handschuh der Typ trägt? Wieso? Da da Spitzen dran sind. Mein Kollege hat vor kurzem so Gartenhandschuhe gebestellt. Da sind auch so Krallen vorne dran. Kannst du nämlich seinen ganzen Boden aufgewühlen. Ja, so macht er das auch. Das ist ein Bergarbeiter. Das ist ein Bergarbeiter, genau. Oder ein Blumenarbeiter oder so. Also ich habe ja noch die Mission Schattenfeuerhöhlen jetzt, bevor du von deinem Kollegen weiterredest. Na gut. Die nehme ich jetzt. Ich habe das Muster des von euch abgelassenen Drucks verfolgt. Alle Lüftungsschächte führen zu einer zentralen Stelle. Eine als Schattenfeuerhöhlen bezeichnete Lava-Kammer. Das ergibt Sinn. Einer meiner Goldsucher hat von einem Magma-Elementar berechtet, den er dort vor dem Angriff gesehen hat. Er wollte weitere Nachforschungen anstellen, ist aber nie zurückgekommen. Wenn das Magma-Elementar unter Gommoth-Kontrolle steht, dann war es sicherlich für den drohenden Ausbruch verantwortlich. Es muss beseitigt werden. Aha. Gut. Ja. Magma-Elementar beseitigen machen wir. Ja, der geologische Gärtner. So, wo sind wir jetzt? Hier drüben bei der guten Hartleaf der Duyaden. Ja. Ja, Samen aus Asche abgeschlossen. So ist es. Aus diesen wenigen Samen wird eines Tages ein Wald meiner Schwesterbäume entstehen. Vielen Dank. Ach so, bitte. Ja, gut. Ich bin überrascht, dass sie nicht viel redet. Okay. Das ist warmer Boden. Das ist voll der warmer Boden. Von euch gefundenen Samen werden Hilfe brauchen, wenn sie groß und stark werden sollen. Von Geologe Dorni weiß ich, dass die Körper von Flammenschützen, also elementaren Monstern, eine Art besonders angereicherten Lehm enthalten. Er kann den Samen sowohl viel Schutz bieten, als auch sie ernähren und so ihr Wachstum antreiben. Könntet ihr noch etwas von diesem elementaren Lehm besorgen? Geht doch selber deinen Scheiß kaufen, ganz ehrlich. Gibt es hier keinen, wenn die Baumarkt oder so? Mein Gott. Also in diesem Gebiet müssen wir jetzt einfach elementare Feuermokel töten. So verstehe ich die Mission. Und Leben sammeln. Wo, wenn ich jetzt ein Feuer fuhne, da sind Feuermokels. Feuer. Jetzt renn ich schon wieder den Falschen hinterher. Nicht schlecht, der Herr. Kommen da an und alle weg. Ja, es hat aber nichts fallen gelassen, um ehrlich zu sein. Also das war schon mal für den Eimer. Falscher Weg. Ja, deutlich. Deutlich. Meinst du hier runter? Was ist weg? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin noch in diesem blauen Bereich, aber du hast recht. Keine Ahnung. Ich will so einen Feuermokel haben. Ich gucke mir mal das auf der Karte an. Das ist alles um diesen Lagerfeuer und ganz unten, wo wir ja die Mission vorbei genommen haben. Dann wollen wir da unten laufen. Was machst du da eigentlich? Boah. Ich wollte die Ausricht genießen, aber hier sind irgendwie komische Leute. Nix. Kein Leben. Dafür liegt ein Religionspaket. Boink. Hot Dogs. Waren doch überall so Mokels. Und wenn man gebraucht, sind sie wieder nicht da, ne? Ja. So ist es. Oder sie sind abgeerntet worden von anderen Mokels. Rumgemokel hier. Hier sind normalerweise welche, ne? Hier ist keiner einer gerade so. Keiner einer. Ja, hier werden auch gerade welche zermetzelt. Ja, super. Haben alle die gleiche Mission gerade. Da, wir haben Klammschützen. Ich habe hier einen. Äh, die lösen sich einfach so in Luft auf und entstehen wieder neu. Äh, witzig. Also, entspawnt und gleich wieder G-spawn. Nicht sehr erfolgreich, würde ich behaupten. Da ist was. Da passt. Einmal elementaren Leben habe ich gefunden jetzt, ja? Äh, ne. Ich habe glühende Aschenscherbe aufgehoben, aber elementaren Leben. Das ist was anderes. Ja. Wo bist du eigentlich? Woanders? Kann ich das nicht. Das sehe ich gerade, ja. Mache ich die falschen platt, oder? Jo. Sehe ich so. Hier, ich bin auch schon wieder aus dem Bereich raus. Das ist ja auch Unsinn. Ja, bin ich auch, aber ich dachte. Unsinn. Da sind noch Flammenbogen, heißen die Knilchen. Dann raue ich mal was rein hier. Mal sehen, ob das was fruchtet. So. Hm. 50 Elementare gekillt. Ja, schön. Trotzdem habe ich nichts dafür bekommen. Ja, das war nicht sehr erfolgreich. Äh, du bist irgendwie auch da unten am Rumbubbeln. Na, ich bin direkt bei dir hier, aber... Ja, hier ist nichts, ne? Alles schon weggeerntet. Machen denn die Aschenkappen irgendwas? Ne, ne? Nö. Hier stehen noch welche rum. Ach. Was ist denn hier? Bumm. Hä? Äh, ich bin jetzt nicht Einladung ab. Ne. Mit des Nichten. Das ist hier alles sehr, äh, sehr doof. Hm. Die warten auch alle hier. Das ist deutlich zu sehen, dass die alle hier rumlungern, nur um irgendwie die Leute abzuernten. Sehr hoch. Sehr hoch. Sind das vielleicht die größeren? Gibt auch so andere Flammentypen? Sind die das vielleicht, die diesen Leben da absondern? Nee, nicht. Muss ich die Mission jetzt wirklich nochmal lesen? Also grüne Aschescherben finde ich hier, dass der Arzt kommt. Nein, das ist, äh, tatsächlich heißt es nicht Viecher? Flammenschützen. Flammenschützen sind die ja. Das sind nämlich die anderen. Deswegen dachte ich gerade, probiere die mal aus. Ja, die lassen es fallen Also ich war bei den falschen Sagen wir es mal so Habe jetzt eins Zwei, hast du auch welche gekriegt? Nein, die werden getränkt, ist ja mild Okay, das heißt Nicht die ohne Beine Sondern die, die so Drei fliegende Teile über dem Kopf haben Man könnte auch sagen, dass sie einen Namen haben Genau, Flammenschütze halt Aber ich lese ich einen Namen Nein, ich gucke mir die einfach an und sage, der ist es Deswegen habe ich dir beschrieben, wie er aussieht Und dachte, es hilft dir auch Nee, das hilft mir jetzt auch nicht Ich haue ja trotzdem ein, die achten wir mal rein Ach, ich trottel, falsche Fähigkeit Wir haben drei fliegende Teile über dem Kopf Und sind ein bisschen fetter als die anderen ohne Beine So, einer fehlt mir noch Dann habe ich sie alle Dann bist du weiter als ich Nee, ich bin hier auch, glaube ich, in der Pampa Ich muss ja auch mal weg hier Scheiße You are in the Pampa Ich habe diese Knillchen, die Aschenkappen So und so Wer ist denn noch übrig geblieben? Keiner von euch Na gut Das sind wieder die Für die kann ich meinen Reintätig benutzen Weil ich mich Reintätig... Wenn du im Kampf bist, geht es nicht Nö Die meint sie nicht, ne? Nein Die sind ja die ohne Beine Ich sage die, die drei schwebende Steinchen über dem Kopf haben Die sind's Wo hast denn sowas gesehen? Oben war da welche oder was? Ja, oben waren welche Und hier unten waren vorn auch welche Aber die haben sich schon wieder alle abgefrühstückt Das heißt, ich reite wieder nach oben Da, da ist einer Ich sehe ihn Kommst du zu mir? Wo bist du? Wo bist du? Äh, äh Er muss ihm ja Reit hier raus holen Dann kommen wir zu dir geritten Du bist ja auch ein bisschen am Arsch der Welt Das hat auch gar nichts mit dem... Da sind aber zwei davon Mit dem, mit dem, mit dem Bereich hier zu tun, oder? Da sind aber zwei davon Die werden das haben Haben? Also, haben gesagt Die werden das haben Nein, haben wir haben gesagt Ah, die haben die langen Ja, die keine Ahnung Mit drei fliegenden Teilen über dem Kopf Die niemals frühstücken können Weil sie keine Finger haben Keine Daumen sogar So, ich bin durch Ich hab mein viertes hier gekriegt Zwei hab ich jetzt schon Von vier Toll Na, siehst du Das geht auch fix Wenn wir die richtigen haben Dann gucken wir nochmal oben Ob die wieder gespawnt sind Ja, ich kann auch hier einfach stehen bleiben Langweilig Wäre... Äh... Ich hab mich voll Hier Ah So Du sprechen Komisch Komisch Sprack Genau Hüpf 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 Ich und mein Elch Ich werd zum Elch Ist gar kein Elch Aber macht nichts Du bist auf jeden Fall Der Gehörnte Und sonst hier War Hier macht gerade einer Die anderen zwei Platte Ich wohne auch Die spawnen auch wieder Ah, die gleich vor der Haustür spawnen Ich könnte dir Wenn ich die kille Hab ich ja eben auch gemacht Dann bleibt für dich auch was Ich bin schon gemetzelt Also geht schon Ah, okay Äh, aber hier ist nichts mehr Das ist ja doof Mö, mö, mö Aber hier ist noch einer Komm Da, da, vielleicht Ähm Kriegen wir da hin Aber Äh, ich will nicht brennen So, äh, einen noch Genau, ja Aufnehmen Ich will dich nicht einladen Du bist doch schon mal Gib da weg da Äh Hm Was ist das hier? Hier sind aber welche Ey, das ist ja voll Eine coole, äh, Ecke Äh Hi, Jungs Mein Kumpel ist weg Au, ich bin in so einem Lava am Boden hier gefallen Mensch Ah, dann bist du noch hier da Genau Jetzt hab ich noch einen Jetzt hab ich einen mehr als sonst Also eigentlich gebrauchte Ich drück immer einen Haltrank Anstatt meinen Türsch Das ist ein bisschen doof, oder? Naja Ja So wirst du deine Haltränke auch schnell los Deutlich So, zum Boden Ich, äh, würde jetzt einfach mit dir reden Ja Warmer Boden ist abgeschlossen Biologe Dorni hatte recht Dieser Lehm ist warm und wunderbarer Boden Wie passend, dass die Elementarkreaturen, die diesem Wald so viel Schaden zugefügt haben Nun eine wichtige Rolle bei seiner Wiederauferstehung spielen Ja Zwei abschließen Wenn das das Die Zukunft Pflanzen kommt jetzt Oh Mann, wir müssen immer Wir werden hier Gärtner Wir kriegen eine Gärtenausbildung So ganz viel Gerne würde ich die von euch gesammelten Samen einpflanzen Aber ich bin zu schwach Um meinen Baum lange verlassen zu können Ihr habt mir bereits so viel geholfen Darf ich euch erneut um Hilfe bitten Um die ersten Triebe eines neuen Waldes auf den Weg zu bringen? Tja, meinetwegen Okay, annehmen Bevor ich mich schlagen lasse So, zu den Schattenfeuerhöhlen müssen wir noch Um diese Magma-Elementarmokel platz zu machen Wir können jetzt erstmal die Samen sammeln Ja, das geht einfach wieder reihum, oder? Jetzt habe ich schon wieder einen Heiltrank genommen Das ist ein Heiltrank So einen Buff-Trank habe ich genommen Aber es stehen natürlich immer Gegner da Wo die Samen denn liegen Wo man sie einfach Es macht Sinn Sonst wäre das ja auch langweilig, oder? Naja, es ist ja oft so Dass sie schon abgefrühstückt sind Ich pflanze mal Möchtest du wahrscheinlich auch nochmal extra machen Oder? Okay Ich mache das auch mal, ja Mit einer Schaufel Die ich nicht dabei hatte Okay Schon wieder genommen Gott, oh Gott, oh Gott So Also ich gehe stumpf nach Nach Fahrplan, meinst du? Ja, ja, ja Ja, weil mein Fahrplan sah anders aus Also da hättest du auch einen kürzeren Weg nehmen können Das war ein bisschen ungeschickt, glaube ich, gerade Hier ist keiner Ich kann einfach pflanzen Das ändert sich gleich Wetten Zack Schaufel, Schaufel, Schaufel Jetzt musst du wieder zurücklaufen Das ist total hirnrissig Wetten, die Punkte nehmen sollen Nicht im Fahrplan Naja, egal Guck Alle wieder da Hallo Aber ich reite in der Mitte durch Oh oh Hat sich nicht so erfolgreich angehört Jetzt haben wir sie alle am Arsch hier, oder? Ja Erfolgreich, hoffentlich Ja, ich brenne Es, es brennt ein bisschen Ein Popo Da Hab ihn Ich mach das auch mal Das ist eine gute Idee Okay Ich hab voll genug gestellt hier Also ich weiß nicht, ob dein Weg der richtige war Ähm, drei von vier Okay, alles klar Ja, das ist ja jetzt ein anderer Weg Ja, ja Oh oh Renn du mal woanders lang Hallo Oh, jetzt hat er mich auch noch getroffen Frechheit Los Das fährt raus Jetzt hat er mich von Von meinem Käfer geholt hier Hilfe Dein Beetle Beetlejuice Beetlejuice Ach ne, ist auch was anderes Das glaub ich auch, ja Der ist auch schon ein bisschen älter Hier kommt man glaube ich nie hin Es sei denn, man flenzt was Im Boden Oder war es der Hoden? Oh oh, oh oh Nein Was war das? Hey, ich bin Level 60 geworden Ich hab's ja Ich hab's ja im Hoden Das ist ja total geil Warum eigentlich? Weil ich's kann Habe ich schon gesetzt hier? Nee, hab ich noch nicht Womit du dann auch endlich die vier Missionen Bei Nox wahrscheinlich abholen darfst Und endlich auch mal noch Einen weiteren Gefährten einpacken darf Es gibt viele Gründe Hier 60 zu werden Das könnte zum Beispiel jetzt auch helfen Dass die Leute mich ignorieren Ja, wobei hier Hauen die einen schon Was auf die Mütze Nee, die hauen die auch Was auf die Mütze Ist ja auch schon ein Richtig Ja, auch Zack Sie kommen Na komm, ich bin mal nett Moche Ich helf dir mal da Ein wenig ein bisschen Alles gut So Weiter geht's Weiter geht's Hartleaf Baby Ich bin gleich da Bin fast da Hartleaf Ich wünschte Ich könnte mir Schatten geben Wo bist du? Ach da Du stehst da so rum Nee, ich kann nicht mit dir reden Weil du dich wieder In den Weg gestellt hast Entschuldigung Okay Die Zukunft Pflanzen abgeschlossen Ja Ich kann spüren Wie die kleinen Samen wachsen Ihre Zukunft Auf diesem feurigen Gips Lässt ungewiss Aber So ist das nun mal Mit der Zukunft Wir können nur Unser Bestes geben Danke Dass ihr diese Chance Ermöglicht habt Ja, gern geschehen Machen wir doch gerne Quest abschließen So, jetzt müssen wir Nur noch zu dem Magma-Element Aber bevor wir das machen Machen wir eine kurze Pause Und sehen uns dann Bei der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss Grü'n Aus Aus Bis zum nächsten Mal.